ich bin dir zuvor gekommen ja dann erstmal ne Wohnung finden, die relativ günstig ist, das ist ja fast schon unmöglich die Wohnung die ich hab, die ist ja in dem Sinne spott billig findest du ja gar nicht mehr deswegen will ich ja auch so ungern raus, weißt du? weißt du auf die Nachteile, aber sie ist billig ich warte auch, weil morgen kommt mir 120 Gradmeter an ok ich brauch mehr Platz Chris hat dann auch mal seinen Raum unter der Treppe unter der Treppe? der Vorteil ist, ich brauch da nie wieder heizen echt? warum? das ist direkt über ein Geschäft das ist aber auch gut und die haben ja alle diese Heizung oben an der Decke, weißt du? ich hab kostenlose Fußbodenheizung das ist gut das ist natürlich der Nachteil bei mir an der Dachgeschlossene Wohnung also wenn ich hier jetzt nicht heize dann ist es arschkalt ne? auch schon wieder der Kabelstone ja ich hab mich jetzt noch auch nicht ich ich hab mein ganzes Inventar vorgemacht da ist jetzt noch die Hälfte noch drin Alter das frisst dir weißt du, wir haben bald kein Kabelstone mehr ne, ich weiß, wir haben noch 130.000 gleich, ne? gut so wir müssen wieder Kabel und wir brauchen einen zweiten Kabelstone Generator haben wir schon zwei naja, wir brauchen noch einen dritten und einen vierten hat er schon wieder ein Lava Fass voll, mehr gibt's jetzt nicht ich hab keinen Bock mehr Fässer herzustellen der Fitchwater ist auch schon wieder voll ja, dann lass die voll, so viel ordnen jetzt erstmal nicht Alter, der Essenztank ist auch voll ja, wir haben ein ME System haben wir schon komplett fertig unser ME System was eigentlich mit fast allem gekoppelt ist so ziemlich ja, noch nicht alles perfekt gekoppelt, aber schon mal der Anfang der Anfang der Anfang da müsste André, glaube ich, auch gleich davor stehen im ME System, ne? ja, man sieht ja da den bunten, kriegst du den bunten hier im ME Controller als nächstes wollen wir halt noch die äh, äh, Magical Quops Rüstung machen zum Fliegen aber da fehlt mir noch die letzte Stufe die Essenzen zu machen und für die Essenzen brauche ich Netherstar und Unstable Ingots das was nicht gerade einfach ist na, wie war sollen wir hier jetzt genug Platz haben? ja das stimmt und beschwert ich meine, ich habe den ganzen Rand gemacht ja, ich weiß, ist auch alles in Ordnung dass ich auf die runtergefallen bin, ich hatte die Rüstung extra oben auf den Rüstungsständer gepackt glaube ich wenn man nicht auffasst hat, kann man ganz schnell hier unterfliegen, ne? wir haben erst die unterste Reihe gezogen muss ich auch damit ich schon meine Arbeitsfläche habe und dann hab ich den Rest gemacht und ich hab schon den Rand gemacht komplett damit wir dann nur noch ich dachte dann zu dritt hier eben schnell den Fußboden legen ja, aus dem zu dritt ist jetzt nur noch zu zweit geworden, ne? ja, wir suchen ja noch ein noch gutes Modpack also wenn ihr mal Vorschläge habt, immer her damit ok wo wir Minecraft im Laden spielen, können wir ja alle zocken ja, aber ich freue mich jetzt gerade welche Rüstung auch noch da ist, mit der man fliegen könne da fällt mir jetzt spontan nichts ein also das, was ich jetzt gesehen habe beim durchgucken war nur die Magical Crops Rüstung wenn es natürlich jetzt noch eine andere Möglichkeit gibt, dann könnte man die noch in Erwägung ziehen ein Jetpack ansonsten ich glaube Jetpack war nicht drinne da hatten wir glaube ich schon das letzte Mal geguckt echt? ja, da hatten wir das letzte Mal mal nicht schon geguckt doch, Jetpack sind drinne Lux infused Jetplate doch, die sind drinne von Simply Jetpacks sollten wir sogar alles haben Conduit Conductive Iron Conductive Iron Twaster und also all diese Geschichten Ledstone Jetpack doch, das sollten wir alles haben tja, ja alter gab es dann auch noch den Anzug, oder nicht? oh, guck ich weiß nicht ich weiß nicht ... Gentar checkpit, okay. Oh, wenn's mit Jetpack geht... Gerne. Welter eigentlich? Hä? Welter eigentlich? Ja. So ein bisschen, wenn man mal runterfällt, kann man wenigstens schnell boosten, dann kommt man wieder rauf. Wenn der Jetpack denn geladen ist. Ja. Hahaha. Dafür kann man hier diese Wireless-Dinger machen, wenn man so mit RF baut, dann kann man überall rumstehen und überall die Läden, die Dinger laden, die Dinger dann auch. Ja, zum Beispiel, ja. Das könnte man machen, ja. Sollte man gleich, glaube ich, auch machen. Verdammt, in letzter Zeit setze ich echt viele doppelt aufeinander. Konzentration lässt nach, aber die ganze Zeit den Boden legen. Ja. Es ist aber auch anstrengend. Die ganze Zeit dann, clicky clicky, ich und mein clicky. Ich und mein Holz, ich und mein Horrorholz, ne? Ja, genau so ungefähr. Naja. Jetzt hab ich auch einen versetzt. Wir bauen uns ein Baumhaus und spucken immer auf Olli runter, mit Lava. Oh ja. Da brauchen wir nochmal einen schön ordentlich großen Baum machen. So einen Mammutbaum, so einen großen. Bisher haben wir nur diese Mega-Rubber-Zepplinge. Die hab ich ja schon gepflanzt. Hat vor lange, glaube ich, die gewachsen sind. Glaube ich. Dann auf einmal waren sie da. Da kann man ja auch schon ein schönes Baumhaus drauf machen. Aber so einen Mammutbaum wäre bestimmt noch geiler. Ich glaube, die haben einen Motto dafür nicht. Weiß ich nicht. Ich bin ja gleich fertig. Richtig. Richtig. Pass. Die Hälfte haben wir schon, André. Doch, schon mehr als die Hälfte. Gott sei Dank. Na gut, Spannung ist bei uns jetzt momentan nicht viel hier. Beim Bauen. Außer dieser Nervenkitzel fällt man noch runter, oder nicht? Fliegt der oder fliegt der nicht? Wir sind ja noch am Design. Wir designen ja noch hier unsere Welt. Ja, das leere Ding hier. Leere. Wir füllen diese Leere. Wir sind im Nichts. Allein. 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 Bitte Deus. Allein. 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 Heute ist das nicht so mein Ding, irgendwas zu platzieren. Ja, oder? Sehr schwierig gerade hier alles. Sag ich dir. Und bloß nicht die Shift-Taste loslassen. Ja, bloß nicht. Bloß nicht. Und wenn man niesen muss, egal, einfach auf dem Bildschirm rotzen. Ja. Oder die Maustaste, die Maustand nehmen. Oder vorher fünf Schritte zurückgehen. Ja, denk dran. Beim Rückstoß vom Nieser könntest du ja noch abrutschen. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich glaube, mein Kabelstom ist gleich wieder alle. das jetzt doch 123 durch geschafft nicht runterfallen ich hab dich da nicht auf und dann weiß unten wartet das nix mehr ja das ist ja nicht mal nach unten bauen und alles wieder aufsammeln da musst du irgendwo schon anfangen die grundplatte zu bauen ja ich hab ja gleich ob sich ja dann brauchst du ganz unten ja auf ebene null ne ja brauchst du ganz unten ne plattform nicht nein ja ehrlich nein warum nicht weil nein da muss ich mich andauernd immer hier die sonne mond und sterne angucken sonne mond und sterne ich geh mit meiner laterne ja mein kleiner finger weh an euch mit der ich die schifftaste festhalte glaub ich krieg nen krampf das sollte reichen das sollte gerade so reichen das sollte gerade so reichen ja komm ja ich glaube klein hat einen nicht richtig das ist so ein Gefühl Gefühle? Was hast du im Gefühle? Hm. 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 Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es endlich untertunnelt. Ja. Hat auch nur ein paar Stunden gedauert. Ja. Das Mod-Paket, das ist Sky Factory 2.5, ne? Ja, Sky Factory 2.5, richtig. Sky Factory 2.5. Dem Licht muss ich auf jeden Fall nur anders machen, aber provisorisch reicht's. Von oben? Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Ganz einfach. Äh, Curse Launcher. Genau, über einen Curse Launcher. Vielleicht noch Cubblestone hast, äh, Slabs hier überall unter den Lampen, muss noch gesetzt werden. Oh nein, ich bin reingefallen! Unter den Lampen? Achso, da. Ah. Sieht sonst doof aus, wenn da so ein Licht rumschwebt. Ah, das sieht doch nicht doof aus. Komm, hör auf, wer zieht denn sowas? Das ist Zukunft, Alter, das ist schwebendes Licht. Das muss ich grad sagen. Flying Light, Alter, Flying Light. Flying Light. Nicht Flying Light, sondern Flying Light. Mhm. Also, mehr hätte das jetzt auch nicht sein dürfen. Zwei Stück hab ich jetzt noch übrig, ne? Ja. Da hab ich alles abgezählt. Haha, Alter, mein Lieber, ich hab ja gesagt so ein. Oh. Boah. Boah, jetzt haben wir hier Licht. Oh, eine riesige, große Fläche. Jetzt können wir uns hier austoben. Jetzt können wir hier alles, äh, anschließen. Und oben drauf bauen und schützt das Dorf. Ja. Uiiii. Ja. Was? Wieso ist denn das ME-System so der? Waren dann die Mehrfestplatten voll? Ja, aber ab und zu nimmst du ja Sachen raus. Okay. Und wenn dann da bei den Typen wieder Platz ist, dann ist das noch im grünen Leuchten. Achso, okay. Uh, haben wir Blätter. Sehr schön. Oh, Holz haben wir hier oben ein bisschen. Kurz kann ich da auch mal reinschmeißen. Aber 433 Oakwood haben wir jetzt. Sehr schön. Also wir haben jetzt auch 339 Helurium. Ja, aber das ist wenig. Ich weiß auch nicht, wie man sonst auch Helurium bekommen könnte hier. Ja. Außer 7? Gar nicht. Wir sind alle leer. Ich hab die Maschinen alle nicht am Laden. Okay. Okay. Das heißt, da müssen wir mit dem auch wieder anschmeißen, ne? Sind alle leer. Ja, gut. Der läuft halt noch. Der zittert das. Okay. So wollen wir hier, ja, dann würde ich das machen. Wie viel Helurium brauchst du denn im Allgemeinen für den Reaktor? Ach, zu viel. Werkt er bauen würde schon reichen, aber der muss ja noch betrieben werden mit Lurium. Ja, deswegen. Deswegen. Oder mit Plutonium, das geht auch. Ja. Du brauchst ja ein Helurium, er geht auf jeden Fall für vier Reaktor-Casings. Das ist jetzt schon bald das einzigste. Die Casings brauchst du. Nein, nicht nur für die Casings, auch für das Reaktor. Glas, Reaktor, Controller, Reaktor. Ei, für jedes Bauteil. Ja, stimmt. Du brauchst ja fürs Glas, brauchst du die Casings. Ja, und du brauchst für alles brauchst du die Lurium. Sondern wenn du den größten Reaktor bauen willst, den du kannst, brauchst halt jede Menge. Ja, du brauchst ja nicht den größten bauen. Naja, du siehst ja schon, wie viel Strom wir produzieren. Und wenn es dunkel wird, wird es eng. Wir haben sechs Wasserräder, jede Menge Solarpanels. Deswegen. Wir brauchen ja im Prinzip nur so viel, dass wir die Nacht kompensieren. Ja, aber du willst ja mehr Maschinen anschließen. Aber wir haben schon vier Fässer mit, äh, Hot Essenz voll. Aha. Ja, da müssen wir sonst gucken, dass wir nochmal die Maschinen durchlaufen lassen, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen die Lurium das rauskriegen. Lava produziert. Oh, Lava! Was auch schon alles voll ist. Was auch schon alles voll ist. Das ist auch schon wieder voll, ey. Ne, hier ist alles voll. Alter, hier ist alles voll. Beide, beide Dinger? Ja, beide wieder voll. Alles, was wir verbraucht haben, ist schon längst wieder drin. Nein. Das heißt, wir brauchen noch... Wir müssen sonst einen Dolly nehmen. Dolly nehmen und da neue Jabba Fässer ran machen. Das ist ja jetzt so das, was mir spontan anfährt, dass wir diese Jabba Fässer erstmal woanders inpacken. Und zum Beispiel unten mit ran. Wozu? Ja, damit wir mehr Cobblestone bekommen. Ja, aber da musst du erstmal wieder einen Beta-Barrel bauen mit den ganzen Upgrades. Ja gut, die Barrels haben wir noch, aber da musst du die ganzen Upgrades wieder bauen. Ja, die Upgrades sind doch nachher das ganze Problem. Aber wir haben doch 130.000 Cobblestone zum Verbrauchen. Alter, das ist zu wenig, Alter. Das reicht, das reicht. Alter, stell dir jetzt mal vor, ne? Du willst jetzt Compressed Cobblestone machen? Hm, wo hast du denn jetzt das Dings gelassen? Ich weiß welches Dings. Welches Dings? Das eine Dings ist gar nicht mehr angeschlossen. Hä? Nee, mir fehlt der Storage-Bass. Äh... Äh... Baum? Also ich hab nix weggenommen. Ich hab den nicht weggenommen. Da wird doch mal ne… Meinen nicht zu wenig, aber ich war ein Amein perder. Oh, das ist ja völlig bewusster. Baut das die Wege? Ich hab den nicht zu wenig Angriffen. Die Hüte wie den schloss. Die Hüte wie das... Die Hüte wie die Hüte. Oder ist das jetzt vom Baum hier weggenommen worden? Ja muss ja Oder sonst die Baumfarben gleich umbauen Ahhhh hier neben, hier unten, hier neben 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 Stimmt Kein Material mehr dafür Doch Wo war denn? Wo denn? Ja ich brauche halt noch so'n Interface Dann muss ich mir noch so'n Annihilation Core machen Wo gerade? Äh... Ja ich mach schon Da Weil wir den scheiß Ding hier brennen Wie viel Glas ist denn hier? Glas, überall Glas Achso, ja, Entschuldigung, das hatte ich mal aufgesetzt Damit wir mal ein bisschen Glas haben Weil wir, wir hatten nämlich gar nix mehr an Glas Und wenn wir nämlich mal ein bisschen Glas haben Guck mal Oh, wir haben noch 65.000 Cobblestone Oh mein Gott André Jetzt stell dir vor, du willst kompressen Cobblestone machen Hier den, 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 den Oktober Compress Cobblestone, Alter Dafür brauchst du 43 Millionen Cobblestone Alter, aber stell dir vor, du willst das machen, Mann Geht ja gar nicht mehr Jihihi Das stimmt allerdings Hä? Das heißt, du musst ja, wenn du so viel, so viel Cobblestone lagern könnt, dass du 43 Millionen Cobblestone da zur Verfügung hast Klar, wenn du so eine 64k-Zelle nimmst, die formatierst du nur für Cobblestone, dass er nur Cobblestone darin gespräche wird, dann dürftest du genug reinkriegen Ja 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 Jo Was ist denn hier unten drunter, ne? Achso, nix Nix, nix Machen wir jetzt nicht wieder so ein Baum da, sonst müssen wir die Farben irgendwann mal umbauen Also so sollte das eigentlich schon fast besser passen, so wie du es jetzt gebaut hast Ok Und wie baut man jetzt, äh, a Villager-Dorf? Ja, jetzt müssen wir am besten, äh, einen Zombie-Spawner bauen Ja Also so ein Zombie einfangen, dann den Spawner bauen Dann kann man den ja so einstellen, dass der entweder exakte Kopie von dem Gefangenen oder halt, äh, alle möglichen an Zombie-Arten spawnen Dann stellt man den natürlich auf alle Zombie-Arten Am besten noch einen Mob-Rotator dazu Da ist gerade ein Villager-Zombie übrigens drin Ja, die kriege ich jetzt natürlich nicht gefangen, das ist klar Na, und dann kannst du einen Villager-Zombie noch, musst du irgendwie gucken, ob du mal einen erwischt Mob-Rotator und dann kannst du die aussozieren lassen Ja, weil, wenn da hinten in der anderen Monster-Palle jetzt so was spawnen würde Ja, da ist ne Fackel drin, die musst du ja ausmachen Oh, ja, wo ist denn die? Da da oben Hat er die extra mal reingesetzt Ja, ne, hast du da reingesetzt Hier ist auf jeden Fall ein Zombie-Villager drin Ja, krieg ich ja nun nicht, ne? Wenn ich da jetzt wieder was wegmache, dann macht's ja Mach's wieder BAM 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 Das kennen wir ja schon, so, die Villager könnt ihr da rausholen schonmal, die Winiko ist sonst Jaaa, bis gleich, du weißt, äh, ARAGOGO Ahem Alter, hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass wir eine neue Brille bestellt haben Ja, hast du mir gestern schon erzählt Gestern? Ja, gestern? Samstag? Freitag? Zuletzt geredet Ohja, das war so schön, oh Hat das das letzte Mal mit mir geredet, das Wow Ja, dann müssen wir ja sonst, können wir ja sonst auch noch nebenbei anfangen, äh, äh, das Villager-Dorf zu bauen Häuser bauen für die Villagers und so Ich würde ja kein Zwingen Hab ich da irgendwelche Beschränkungen, wie man das bauen muss? Ja Und das haben da die Kreativität auch frei gelassen Bei Villager, die gehen nur nach Türen Achso, die gehen nur nach Türen Du kannst, äh, wenn viele Villager haben willst, kann, baut man diese, äh, Gebäudenblock, wo einfach nur Tür an Tür an Tür an Tür an Tür den Spawn hat viele Villager Okay Wenn du natürlich ein schönes Dorf bauen willst, dann Muss man auch mal ein bisschen, äh, auseinander gesteckt werden, ne? Ja Okay Das ist nochmal Dust7 Ja Okay Das ist nochmal Dust7 Bisschen Bisschen Kies sieben machen Bisschen Kies nochmal raus Biss Wer Das kommt nochmal raus, was ist noch raus? Äh, da kommen diese Steine raus Naja, aber was sonst noch? ich weiß jetzt gar nicht sehr gut gut dass wir wissen was daraus wird ja da kommt auch nur diese diese worte raus jedoch da kommt ja mal noch entweder glauston oder sowas das kommt aus dem dust wenn du siebst kommt aus dem dust raus wenn du siebst kohle kommt zum beispiel noch daraus aus kies gut kohle ja das ist ja auch erstmal geschäftig denn dust noch kreppel noch mal kreppel sieben kreppel sieben kreppel sieben kreppel sieben kreppel sieben kreppel sieben